Die deutsche Hürdenmeisterin Pamela Dudkiewicz hat ihren Start bei der am Freitag beginnenden Hallen-EM in Glasgow einer bis 3. März aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die mit einer Zeit von 7,89 Sekunden in dieser Saison bisher beste Europerin über die 60 Meter Hürden laboriert an Problemen im Leistenbereich, wie ihr Verein TV Wattenscheid am Mittwoch mitteilte. Pamela Dudkiewicz hatte in den vergangenen Wochen schon Spannungen im Leistenbereich, sagte ihr Trainer Slavomir Filipowski, da wollten wir eine ernsthaftere Verletzung jetzt nicht riskieren. Die Gefahr ist einfach zu groß, da haben wir uns zur Absage entschlossen, bei der Hallen-EM vor zwei Jahren in Belgrad gewandt Dudkiewicz Bronze, bei der Freiluft-EM in Berlin über ein 100 Meter Hürden Silber.